Moin Leute, am heutigen Tag gibt's eine kleine Kooperation zusammen mit Epic Games. Grüße gehen raus, danke. Es gibt nämlich jetzt Rocket League, kostenlos im Epic Games Store, sowie auf der Playstation, Xbox und Nintendo Switch. Passend dazu ist auch die Rocket League Season 2 am 9. Dezember gestartet. Also Leute, wenn ihr jetzt Bock habt auf eine Runde Rocket League, dann guckt ganz oben in die Videobeschreibung, da ist mein Rocket League Link. Einfach anklicken und dann kommt ihr direkt zum Game. So Leute, da sind wir auch schon im Spiel und ich muss zugeben, ich hab noch nie Rocket League gespielt. GLP hat mir davon immer sowas von vorgeschwärmt, genauso wie Maxify. Und jetzt spielen wir eine Runde. So, ich gönne mir jetzt hier mal eine Runde den Rocket Pass. Loggerfloggig, Premium holen. Oh, der sieht aber lecker aus. Ich glaube, das ist dieser R3MX. Aber so, warte jetzt hier. Rocket Pass Premium, Rocket Pass Premium Pack. Ich gönne mir den hier mal. Zack, ja, danke. Oh, was denn? Ja, genau, da ist er. Karosse limitiert, jetzt anlegen. Oh ja, lecker Schmecker. Was kommt denn da aus dem Hindern von dem Auto? Ach, die hab ich ja auch noch gar nicht. Ja, ja, die muss ich jetzt freispielen, weil ich bin ja gerade erst Level 1. Ja, kein Problem. Spielerhymne wählen? Ja, ich nehm das. Da kann man, glaube ich, auch weitere freischalten. Oh. Alter, redige Party hier. Nee, Alter, ich nehm We Speak Chinese. Ja, das ist aber sowas von. Ach, ich hab hier rechts sowieso. Herausforderungen für neue Fahrer. Spiele ein Online-Spiel. Ja, das werden wir jetzt direkt machen. Dann gehen wir jetzt mal auf Spielen. Oh, kompetitiv. Online-Spiel mit Ranglisten spielen. Stufe 10 erforderlich. Ah, okay, macht natürlich Sinn. Muss ich ja erst mal ein bisschen einspielen. Boah, was? 510.000 Leute sind gerade online? Okay, wir machen jetzt erst mal zwanglos. Weil unsere Aufgabe ist es ja nur, ein Online-Spiel zu machen. Und das machen wir mit zwanglos. Klassisches Teamspielen. Ja, ich mach klassisch. Ich bin so ein klassischer Typ. So, ich bin mal gespannt, ob meine persönliche Hymne hier heute abgespielt wird. Wenn ich ein Tor mache oder wenn ich Spieler des Spiels werde. Und es gibt wohl über die ganze Saison über auch immer neue Mugge. Oh, guck, da ist meine Karre an, Alter. Oh, es geht los, Leute. So, ich hoffe, ihr seid... Oh Gott. Oh, da ist der Ball. Ich bring den Ball nach vorne. Bam. Oh, das war gar nicht so schlecht. Paletto, Alter. Warte, warte, warte. Der dotzt doch da jetzt gleich. Alter, jemand ist volle Kante in mich reingefahren. Junge, was macht ihr denn? Falsche Richtung, Jungs. Falsche Richtung. Paletto, komm. Kommt, zack, Alter. Leute, schreibt gerne mal ein paar Tipps und Tricks in Sachen Rocket League für Anfänger in die Kommentare. Wartet, wartet, wartet ab, wartet ab. Jetzt kommt Paletto Chance. Paletto, nein. Oh, Alter Schwede, das wäre beinah in die Hose gegangen. Ich habe ja auch so einen Turbo Boost. Wett da, Alter. Bam. Das ist jetzt meine Chance. Paletto, Turbo Boost. Turbo Boost. Ja, let's go. Hat ja nur eine halbe Ewigkeit gedauert. Da ist das Ding, Alter. Da, let's go. Alter, und da kam auch die Muge. Zack. Das wird es schon wieder. Nein. Er hat ihn abgewehrt. Jungs. Jungs, der geht in unser eigenes Tor. Und weg damit. Oh, wartet. Oh, nein. Nein. Jungs. Turbo Boost. Nein. Alter. Jetzt wird es noch mal spannend. Eine Minute noch. Da konnte ich nichts machen. Aber wo waren denn da meine Jungs? Ich halte mich lieber hier ein bisschen hinten. Oh, das ist meine Chance. Nein. Weg. Weg, 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 weg. Oh, nein. Daneben gesprungen. 30 Sekunden. Komm, 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 Jungs. Jetzt Pressing. Ja, komm. Spiel den Ball. Jawohl. Das ist meine Chance. Oh, oh. Nein, nur noch 10 Sekunden. Weg, Jungs. Weg mit dem Ball. Oh. Alter Schwede. Hardest Game. Es sind sogar noch 6 Sekunden. Let's. Oh. Ich dachte, da mache ich den einen noch rein. Oh. Turbo Boost. Das muss besser werden jetzt. So, jetzt haben wir hier. Ah, abholbereit. Was ist das denn jetzt? Abholbereit. Das hole ich mir einmal. Danke für die Belohnung. Erziele zwei Hereingaben oder Abwehren in Online-Spielen. Dankeschön. Oh, ja. So, komm. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Übrigens könnt ihr eure ganzen Rocket League Accounts zusammen merchen, sodass ihr alle Fortschritte zusammen packen könnt. Let's go. Zweites Match. Die Revanche. Oh, was ist das denn für ein Ding? Alter. So, ich halte mich hier defensiv auf. Ich räume das von hinten auf das Feld. Boah, mit einem legendären Schuss. Jetzt zieh durch. Pidese, zieh durch. Jawohl. Let's go. 1 zu 0. Leute, ich weiß. Ich möchte das auch ganz kurz sagen. Ich bin nicht gut in Rocket League. Aber es ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ich spiele das jetzt hier gerade zum ersten Mal. Nochmal. Nochmal. Zack. Oh, das war so ein bisschen knapp. Oh, oh. Leute. Leute. Was macht ihr denn da? Boah, den musste ich... Den habe ich, glaube ich, ganz gut abgewehrt diesmal. Ja, ich habe da jetzt nicht so einen guten Blick drauf. Nein. Boah, der eine. Vorsichtig. Oh, jetzt spielt er den nach vorne. Aber da kommt Paletto. Oh, das könnte... Jetzt. Rein, die Murmel. Nein. Alter, das war ja fast ein Laddentreffer. Nee. Turbo. Turbo. Na ja, gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt als Eigentor zählt. Aber ich bin ja der Einzige, der defensiv noch mal rangegangen ist. Uh. So, wir gucken von hier. Junge. Wieso fände der eine da an den Deckel? Jetzt kommen wir. Jetzt kommen wir. Jetzt kommen wir. Zack. Boah, Alter. Wie hat der den denn da gerade abgewehrt? Ich hätte schwören können, dass der reingeht. Nee. Oh, nee. Der blaue. Das war jetzt, glaube ich, nicht ganz so gut. Ach, schade. Ich weiß auch nicht. Das hat der eine da. Dieser Ball. Keine Ahnung, was er da genau gemacht hat. Aber, boah. Da gehen die redig ran. So, ein bisschen hier hinten gucken. Wenn die den Ball jetzt gleich... Oh ja. Oh ja. Oh ja, Paletto. Zack. Oh, Pfosten. Jetzt, Jungs, rein in das Ding. Rein in das Ding. Ja. Das zweite Tor. So muss das sein, Leute. Oh, da kommen wieder die Hunde. Huh. Es gibt auch Items, die sich mit zur Mucke bewegen. Aber die habe ich schon mal noch nicht. So, komm. Der spielt den rüber. Oh. Gar nicht so schlecht. Oh. Huh. Das hätte der Nächste sein können, wenn er doch eher den Innenpfosten touchiert hätte. Oh ja. Das ist wieder unsere Chance. Bam. Let's go. Head trick. Also, wenn wir hier nicht Spieler des Tages werden, dann weiß ich aber auch nicht. Oh, die Party-Mucke ist wieder am Start. Bei den Turnieren bekommt man ja auch irgendwelche Belohnungen. Ich frage mich, was das ist. What? Wie hat der den denn gerade noch rausgeholt? Leute, vorsichtig. Weg mit dem Ding. Weg mit der Murmel. Oh ja. Ganz gut gemacht. Ja. Komm schon. Nein, Pfosten. Frei damit. Let's go. Boah. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Guck mal, wie sie da alle hinter mir herfahren. Aber dann holen wir das Ding. Ey. Dieses Game sieht dieses Mal so viel besser aus. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Das ist meiner. Das ist meiner. Das ist meiner. Ah. Der Blaue. Oh oh. Nein. Nein. Ja. Das werden. Ja. Den könnt ihr haben. Boah. 4 zu 3 noch. 4 zu 3? What? Die haben schon drei Dinger gemacht. Ey. Habe ich irgendwas verpasst? Bist du? Ich möchte das jetzt nicht noch verlieren. Jetzt geh rein. Alter. Da macht er die. Der macht den Deckel drauf. Ja. Ne. Jetzt aber nicht nochmal anbrennen lassen. Nicht, dass die hier so zwei Dinger. Ne. Ne. Das ist vorbei. Das ist vorbei, Leute. Der Drops ist gelutscht. War nice. Boah. Krass. Alter. Wie viel Erfahrung wir bekommen. 4.600. Wir sind jetzt schon Level 4. Ah. Guck mal. Da ist die Raketenspur. Jetzt anlegen, Alter. Hahaha. Ich habe einfach alle Tore gemacht. Habe ich denn jetzt schon einen bestimmten Rang? Weil am Ende der Saison gibt es noch Belohnungen. Je nachdem, was für ein Rang man ist. Ich habe jetzt hier aber auf jeden Fall schon mal hier. Alter. Alter. Das sind aber nice Felgen. Ah. Warte mal. Hier. 2 gegen 2. Das Doppelspiel mit Partner. Ich meine, alle guten Dinge sind drei. Unsere Gegner machen wir jetzt fertig. Mr. Cis Dragon und Frugal Frog. Bann. Oh. Ich dachte, der geht direkt rein. Vorsichtig, Kollege. Ja. Ja. Spiel ihn nach vorne. Jetzt. Jetzt kommt Paletto. Jetzt kommt Paletto. Nein. Ich dachte, ich komme da jetzt so angeschallert. Ja. Jetzt kommt aber Paletto. Mit Carracho. Mit dem 1 zu 0, Leute. Let's go. Ich mache direkt Turbo. Oh. Das hat er ganz gut gemacht. Aber er geht noch nicht direkt aufs Tor. Ich bleibe wieder hier hinten ein bisschen. Warte auf meinen Boost. Nee. Das ist die falsche Richtung. Gut überspielt. So. Paletto spielt ihn jetzt nach vorne. Da ist das Ding. Nee. Posten. Junge. Direkt übers komplette Spielfeld rübergegangen. Guck mal, wie ich ihn da... Da jagen sie mich. Aber ich zünde hier... Oh. Meinen neuen Turbo Boost. Beziehungsweise das Cosmetic, was ich da bekommen habe. Sieht gut aus. Zack. Let's go. Jawoll. Junge. Oh. Diesmal... Nee. 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 Kollege. Hast du noch einen Turbo Boost? Ach. Scheiße. Da waren wir uns zu sicher. Da haben wir beide den Anfang... Ja. Und dann haben sie einfach gekontert, wenn sie das gleich gemacht haben. So. Gucken. Oh. Ja. Oh. Ja. Schön serviert. Und das Ding. Was? Nochmal. Das gibt's nicht. Alter, wie der den abwehrt. Wie ein Geist. Wie gut der den abgewehrt hat. Zweimal. Jetzt schön. Der muss jetzt nur nochmal... Ah, Mist. Junge, wie der Blaue gerade. Nee, was machst du denn? Ich werde bekloppt. Junge. Oh, danke. Schön. Oh, ja. Jetzt muss ich den Turbo Boost nutzen. Nein. Blau. Warum fährst du denn da immer so komisch rein? Nein. Jetzt lass... Oh. Der Junge, der macht mich verrückt. Wenn er jetzt nochmal ein bisschen... Ja, 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 ja. Uh, gut rausgeholt von denen. Dieser Blaue ist einfach nur geisteskrank. Da kommt der. Jetzt nach vorne. Oh, ja. Let's go, die Entscheidung. Fünf, vier. Alles klar. Junge, dieser andere Typ. Und vorbei. Gewinner Blau. Boah. Junge. Direkt Level 5 schon. Ungewöhnlicher Drop. Jetzt öffnen. Ach, das ist doch eine Kisse. Ach, guck mal, hier sehr seltener Drop. Ja, den öffne ich hier einmal. Ach, neue Räder. Ja, jetzt anlegen, bitte. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's für heute. Wenn ihr jetzt selber Bock habt auf eine Runde Rocket League, geht ganz oben in die Videobeschreibung. Da ist mein Link. Da könnt ihr draufklicken. Und dann könnt ihr euch Rocket League im Epic Games Store kostenlos gönnen. Leute, habt ihr jetzt noch einen traumhaften Tag? Vielen Dank an Epic Games für die Kooperation. Und, Leute, habt ihr jetzt noch einen traumhaften Tag? Danke für's Zusehen. Outright. Ciao, ciao.